Ah, leichter Balk! Schön! Dafür krieg ich den Stab des linken Pfades. Das ist geil. Das ist auch nicht schlecht. Okay, was machen wir jetzt? Moment! Ich muss gerade noch mit dem Typen hier am besten weiter kratschen. So, wo ist denn in Okrimar der Schneider? In der Gasse, glaube ich. Aber genau wo, weiß ich nicht, müsstest du gucken. Ist aber, glaube ich, ausgeschildert bestimmt. Was braucht ihr? Jaja... ach jaja Procron, ich weiß ich Wunderlich nicht Irgendwie denkt das? Für die Harde! So warte, ich kann aber dabei erstmal anmelden, weil jetzt hast du ja zumindest die Quest Das heißt, das passt schon mal WTF? Was schon? Die Power des Heilers schlägt mir wieder zu. Und du kannst gleich meinen neuen Stab angucken. Nein, abbrechen. Was, wieso? Weil mein Inventar voll ist. Oh, fast portest du dich kurz wieder raus, das passt schon. Ich lass jetzt hier einfach diesen verdammt Bildschirm kurz hier fallen. Ich verabschiede mich noch nicht an den Rang. Ich breathadi mich sehr gut. Ich hab hier auch. Was ist ein Problem? Oh, wir können hier auch hier jetzt etwas schlägt. Ich hab hier auch schon was. Was ist jetzt in den Rang. Jetzt? Knochen... Ich habe hier im Versuch. Warte, ich melde gleich noch mal an, aber Moment. Du musst kurz chillen. Sicher? Das Tiger-Auge einfach verkaufen? Kannst du, musst du nicht. So, jetzt aber Beitritt als Gruppe. Vorwärts zum Sieg! Hochschatten fangen, die nächste Instanz. Das geht schnell. Was die macht, die Kraft des Heilers? Jep, Heiler sind immer gut drauf. Und das bewundert meinen neuen Stab, guck ihn dir an. Da. Geil oder da? Relativ. Ich wundere, du kriegst, ähm, der Typ folgt uns so ein bisschen durch die Instanz und gibt uns nach den Bossen immer eine neue Quest. Das nur so nebenbei. So, wir haben einen Tank auf Level 22. Mal gucken, ob wir den in der Instanz über- Super. Und ich krieg erstmal direkt Aggro und komm nicht hinterher. Jetzt komm ich hinterher. Super, da ist verdirbt, da vorne. Und da haben wir. Ich mach's einfach mal ein bisschen leiser, das geht schon. Ja, ja, das ist wiederum die Macht des Parlor-Tanks mit Account-Zeug. Das wird eine langweilige Instanz für mich. Ah, das hat Knur noch. Ach, die da. Ja. Ja! Ich wurde nur an der Haltung genommen. Die nimmst du jetzt nicht, du hast schon eine Robe und das ist meine. Danke. Danke. So. Da kannst du jetzt, naja, neue Kräste annehmen. Solche überall, solche. Du-di-du-di-du-di-du-di-du. Jo, ich auch. Ich bin noch nicht ganz voll, fällt mir grad so auf. So. Und los geht's. Nebelmodus. Ich hab Agro. Das passt schon. Gewendel hat Agro. Der Tank hat Agro. So. Du musst vermutlich Holz und Geisterhafte Essenzen sammeln, ne? Ja. Ach, kein Holz. Okay, gut. Die Geisterhafte Essenzen droppen hier bei den Geister. Das Buch droppen, äh, das Buch liegt, ähm, in einem späteren Teil und das letzte Teil, die Google ist beim Endboss. Also, die du erlaubt da. Also, die du erlaubt da. Das läuft so aus meiner Hallreich heute raus, das ist nicht so cool. Oh Mist. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Hier ist unser Ziel. Nebel. Level up. Nice. Ich hab ein bisschen buff. Ey, ich bin auch erst 22 geworden. Oh, du bist noch. Was? Okay. Ach stimmt, ich krieg ja 50% mehr durch meine Erleuchtung. Du kannst vergessen. Das ist, der Waffe ist schon mega praktisch. Krieg man, ich krieg ich da zum Beispiel auch die Feugliche. Das ist ein guter Ausgleich dafür, dass du erschwindig Upveradern hast. Ne, aber das Problem ist, für die Wildtiere krieg ich keine Erfahrung. Also, für die Wildtiere an sich kriegst du ja auch Erfahrung, deswegen ist das in etwa fair. Joa, glaube ich zumindest. Oh was? Neeeeeeeeeeeeee Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist später natürlich noch nützlicher, wenn die Werte höher sind. Prozentangaben sind ja immer so, oh mein Gott, was ist zum Teufel, mach wieder. Okay, ich muss mich korrigieren, der Tank ist ganz brauchbar sogar. Das war nur grad nicht so, naja... Gut, dass die plötzlich alle auf einmal geholt haben, weil ich ja Pfeiler hochgekriegt habe. Oh, okay. Shit. Ja, wenn du Graue hast oder Weiße sind die dann noch besser. So, warte hier mal bei dem Typen, der... Das vergesse ich nämlich relativ häufig. Die Quest wird er gleich verfügbar zum Aufgeben, wenn er fertig mit seinem Monolog ist. Ich bin ganz ohr. Jetzt. What the fuck? Die dunkle Fürstin schütze euch. Ich krieg... 3.300 Bonus durchwerbt einen Freund, das ist so ein Witz. Unser Tank ist mal wieder lebensmüde. Und so kann ich die nicht heilen. Mögen euch die Leben. Leder. Oh, Leder. Kann ich gebrauchen, kannst du zwar noch nicht herstellen, aber... Mögen euch die Nebel leiden. Mögen euch die Nebel leiden. Warte. Ding. Tot. Ich kann das Monster mit weniger als 1100 Leben instant töten. Das nennt sich Berührung des Todes seit 1,5 Minuten Abklingzeit. Und ich kann damit jede Kreatur, die weniger Leben hat, als ich sofort umbringen. Ja. Das war eben nicht. Das sind wir. Aber, ich kann ihn nicht mehr nicht rausfinden. Das ist keine Zeit. Das ist die Wassermelung entzündig.